Wir sollen ausziehen, weggehen, aus. Aus einem bestimmten Ort heraus. Um in einem ganz speziellen, bestimmten Ort zu bleiben. Wir haben letzte Woche gesehen, wie Jakob von seinem Vater gesegnet wurde. Und sein Vater hat ihn eben nach Haram geschickt. Und Jakob war gehorsam und zog aus. Und ging in Richtung Haram. Von Beersheba nach Haram. Hast du mir? Ja. Dann haben wir nicht alles auswendig. Gut. Können wir sehen? Können wir sehen? Also ein Kind von Beersheba. In Richtung Haram. In Richtung Haram. Ja. Kannst du schnell ein Licht? Ich glaube das ist es. Genau. Jetzt. Also er ging von hier unten in die Richtung. Also er ging so. Und die erste Episode im Kapitel 28 passiert hier in Bethel. Also Jakob gibt ja diesen Namen. Und Jakob, er deu den Namen für diesen Ort. Genau. Aber die gesamte Reise war ungefähr 750 bis 800 Kilometer lang. Also da hat er eine sehr lange Reise vor sich. Und da hat er eine sehr lange Reise vor sich. Und da hat er eine sehr lange Reise vor sich. Aber gerade als er an einen bestimmten Ort ankam. Da, dieser Ort, dieser Ort kannte Jakob. Er kannte von den Geschichten seines Vaters. Weil es war der Ort, wo Yitzhak fast geopfert wurde. Oder geopfert. Im spirituellen Sinn. Und es war der bestimmte Ort. Wo eben Jakob übernachtete. Und in Vers 11 steht es so geschrieben. Und er gelangte an eine Stätte. Vers 11 steht es geschrieben. Und er gelangte an eine Stätte. Genau. An einen bestimmten Ort. Oder er betrat diesen Ort. Kann man auch so übersetzen lassen. In Tron. Er kam in einen Ort hinein. Und übernachtete dort. Und wir haben dann die erste Vision in der Tora. Die erste Vision in der Tora in der Bibel erhält Jakob. Vorher sprach der Herr ja direkt mit Noach, sogar mit Chaim, mit Abraham, mit Yitzhak. Er erschien ihnen persönlich und sprach zu ihnen. Aber hier haben wir die erste Vision. Und diese Vision ist für uns alle sehr wichtig zu verstehen. Weil diese Vision gibt die Basis vom Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Wir sehen, dass er beschreibt, er sieht eine Leiter. Also diese Leiter kommt von wo? Und diese Leiter kommt von wo? Weißt du es? Vom Himmel, genau. Kommt vom Himmel und berührt die Erde. Wir hatten schon eine Geschichte von genau dem Gegensatz dazu. Eine Geschichte. Das ist ein Gegensatz dazu. Ist die Geschichte von Babel. Die Menschen wollten einen Turm bauen bis zum Himmel. Die Menschen wollten eine Torre von der Erde bis zum Himmel. Aber sie fingen hier auf Erden an. Aber sie fingen hier auf Erden an. Und Hashem, der Ewige, hat sofort gesehen und mit dem auch aufgehört. Und das Wort Babel heißt auch Haus Gottes. Aber wir sehen das noch später besser. Aber wir sehen diese Leiter vom Himmel kommen auf die Erde. Und sie berührt die Erde. Und er sieht Malachim, die hinauf und hinunter gehen. Die gehen zuerst hinauf. Und dann hinunter. 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 Und wenn sie mit den Flügeln entdecken. So aussieht. Also mit diesen Asen. Was meinst du? Ist das korrekt? Oder so? Oder so? So schöner. Jetzt haben wir bald Weihnachten. Und du wirst überall, du studierst schon heute überall Engel mit Flügeln. Aber hier in dieser Vision, Malach, ein Malach, ist nicht direkt ein Engel in sich, wie wir es verstehen. Es ist ein Botschafter. Er bringt eine Botschaft. Also er sieht Botschafter, die hinaufgehen. Er sieht, Jakob sieht, die hinaufgehen und dann kommen sie wieder hinunter. Und da ist die ganze Zeit. Also vergiss die Engel mit Flügeln. Weil diese sind, also es gibt schon Engel mit Flügeln. Aber die sind ganz speziell. Und die werden auch in der Bibel, in den Visionen von den Propheten beschrieben. Aber die sprechen darüber, die bezeichnen, die beschreiben es. Aber hier wird nichts von Flügeln gesprochen. Ja, vergiss die Flügel. Nimm das aus deinem Gedächtnis, aus deinem Kopf heraus. Und diese Leiter hat die Funktion, diese zwei Welten zu verbinden. Die Menschen können durch Babel versuchen, eine Verbindung mit dem Himmel. Die können es versuchen mit Babel. Aber die werden nicht hinaufkommen. Man braucht diese Leiter hier. Diese bestimmte Leiter. Es gibt keine andere Leiter. Es gibt nur eine Leiter. Und diese Leiter hier verbindet dich und mich mit dem Ewigen. Jesus ist gerade hier. Er muss sich nicht verbinden. Es muss sich nicht verbinden. Es muss sich nicht verbinden. Es muss sich selbst verbinden. Und im Vers. Ja. Genau. In Vers 13. Vers 13. Und siehe. Und siehe. Und siehe. Der Herr stand über ihr und sprach. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaac. Das Land auf dem du liegst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft. Also, Jakob erhält die Botschaft zu dieser Vision. Also, es ist wichtig zu verstehen, wenn Gott uns eine Vision gibt, er gibt auch die Übersetzung dafür. Und hier wird Jakob ja gegeben. Diese Übersetzung. Wisst ihr noch, Käfer, Petrus? Im Kapitel 10 von Apostelgeschichte. Er erhält er ja eine Vision. Und gleichzeitig erhält er ja die Übersetzung. Und er versteht das nachhinein. Hier ist genau das Gleiche. Er sieht diese Leiter. Die Botschafter, die hinauf und hinunter gehen. Und dann kommt die Übersetzung davon. Das seine Nachkommenschaft. Also die, die hinauf und hinunter kommen. Die werden ein Segen sein. Für alle Nationen. Seine Nachkommenschaft. Seine Nachkommenschaft. Seine Nachkommenschaft. Seine Nachkommenschaft. Wird ein Segen sein. Wird ein Segen sein. Wird ein Segen sein. Aber nur durch diese Leiter. Die Rabbiner interpretieren. Die Rabbiner interpretieren. Dass diese Leiter. Ist Moschee. Moschee ist die Leiter. Die. Das Judentum. Diese Verbindung ermöglicht. Dann frage ich mich. Wer ist deine Verbindung? Weil es gibt auch die Interpretation. Von der Gematria. Also Gematria kennt ihr. Die hebräische Sprache ist eine wissenschaftliche Sprache. Die besten Wissenschaftler der Menschheit waren Juden. Weil sie sahen hinten die Wörter. Weil jede Buchstabe im Hebräischen hat einen Wert. Und ein ganzes Wort gibt dann auch einen Wert. Und dann hast du eine Verbindung zu anderen Wörtern. Das Wort Leiter. Zulam. hat einen Wert von 130 und das Wort Sinai hat das gleiche Wert deswegen haben die Rabbiner diese Verbindung zu Mosche aber schauen wir mal was Jeschua davon sagt im 1. Johannes nein, nein, nein im Evangelium von Johannes Kapitel 1 Vers 52 Vers 52 Vers 52 Vers 52 Vers 52 Vers 52 51 51 51 51 und er spricht also Jeschua spricht zu ihm wahrlich, wahrlich ich sage euch ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes die Botschafter Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen also was sagt Jeschua hier er bezeichnet sich als diese Leiter er ist ja das Wort Elohim er hat sich offenbart am Sinai und er ist die Verbindung zu Hashem zum Ewigen er sagt uns man wird ja die Engel die Malach oder die Malachim auf ihn hinaufgehen und dann hinunterkommen und wenn wir das verstehen verstehen wir auch was das Ziel dahinter ist ich zeige euch da im 1. Mose 28 weiter das Ziel ist ja ein Segen zu sein aber im Vers 17 sagt Jakob und er fürchtete sich und sagte wie furchtbar ist diese Städte dies ist nicht alles als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels und er ist die Porte des Himmels er ist das Haus Gottes ist die 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 Scharha-Shamayim Scharha-Shamayim die im im gleichen Buch also im Johannes Evangelium Kapitel 10 spricht Jeschua in Vers 1 und 2 wahrlich wahrlich ich sage euch wenn ich durch die Tür in den Hof der Schaffe hineingeht sondern alles wo ihn übersteigt der ist ein Dieb und ein Räuber wer aber durch die Tür hineingeht ist Hirte der Schaffe aber wer durch die Tür ist der Pastor des Himmels diesen öffnet der Tür Hüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus die und die Schafe und er Also wir verstehen, dass Jeschua dieser Tor ist und gleichzeitig ist er die Leiter und er ruft dich und mich hinein zu gehen. Aber am Ende, alles ist abhängig von uns, ich muss hineingehen, es gibt keine andere Leiter, es gibt nur ihn als Leiter und ich muss durch ihn hinauf gehen. Und wenn ich durch ihn hinauf gehe und sehe der Reich Gottes, erhalte Offenbarung davon, erhalte Wissen, erhalte die Mission. Dann komme ich wieder runter und das ist nicht für dich allein bestimmt. Du bringst runter, um weiterzugeben. Weil wenn du das nicht weitergibst, bist du ein Räuber. Weil du hast versucht, anderswo hineinzugehen. Du nimmst das nur für dich. Und das ist nicht das Ziel hier. Wir erhalten es, um weiterzugeben. Wie ein Schaf, der sein Hirte einmal oder zweimal im Jahr die Wohle ja ausschneidet. Damit das wieder andere gegeben wird. Und das tut manchmal weh. Und das tut manchmal weh. Vor allem wenn du ein egoistischer Mensch bist. Und du möchtest alles für dich. Und du möchtest die Offenbarung für dich. Du möchtest die Rettung für dich. Und du möchtest die Engel mit Flügel sehen. Und du möchtest die Engel mit Flügel sehen. Und nichts davon erzählen. Der Egoismus heute. Und war immer so. Ist das größte Hindernis, den du hast. Auch wer im Himmel, im Reich Gottes hineinkommt. Der ist ein Botschafter. Er bringt die Botschaft nicht von sich selbst. Er bringt die Botschaft von dem, der ihn gesandt hat. Nicht von dir selbst. Nicht deine eigene Theologie. Nicht so, wie du es meinst. Aber wie er es sagt. Es gibt ein Rambam. Der Rambam. Kennt ihr vielleicht. Er sagt. Du kommst nur im Paradies hinein. Wenn du dein Bauch voller Fleisch und Wein hast. Sonst kommst du nicht rein. Was ist das Fleisch und was ist der Wein? Es ist das Wort, Elohim. Wenn du voll von dieses Wort bist. Und dieses Wort Realität wurde in dir. Und dieses Wort materialisiert sich. Dann hast du dein Bauch voll von Wort. Dann hast du dein Bauch voll von Wort. Weil es nützt nichts, wenn du die ganze Tora auswendig kannst. Und nichts machst. Und nichts machst. Es gab schon Rabbiner, die viel wussten. Die heute noch erkannt sind. Weil sie etwas geschrieben haben. Weil sie etwas geschrieben haben. Aber ihre Namen sind vergessen geworden. Und nur wenige kennen es. Jeschua hat sein Wort gelebt. Und deswegen haben wir die Bibel heute vor uns. Deswegen hast du das Wort Gottes vor dir. Und er hat seine Jünger voll mit Fleisch und Wein gesendet. Und er hat seine Jünger voll mit Fleisch und Wein gesendet. Es war nicht wegen des Judentums allein. Es war nicht wegen des Judentums allein. Dass du die Bibel vor dir hast. Es war wegen diesen Menschen. Diese Botschaftler. Die hinaufgingen. Und dann hinunterkamen. Und haben uns diese Segen gegeben hier. Und die gleiche Mission haben wir alle hier. Heute ist ein Schabbat Chazon. Ein Schabbat der Vision. Ein Schabbat der Vision. Das heißt. Ich hoffe, dass wir diese Vision in uns verstehen. Ich hoffe, dass wir diese Vision verstehen. Weil der Messias, Jeschua ist auch hier anders gezeigt. Als der Stein. In diesem Abschnitt hier von Kapitel 28, Vers 10 bis zum Schluss haben wir dreimal diese Bezeichnung Stein. Und einmal wurde dieser Stein ja gesalbt. Zum nächsten Mal in der Tora wird jemand gesalbt. Und diese gesalbte hier wurde Jeschua gegeben. in Kapitel 21 von Matthäus von Matthäus Vers 44 steht so geschrieben. Und wer auf diesen Stein fällt wird zerschmettert werden. Aber auch wenn er fallen wird, den wird er zermahlen. B 페aren bei den hochzupassen, in der Tora vorbl Hepat When eping 10 Juni 0 auf B Ex tracks Matthäus. Matthäus. Einundzwanzig. 42. Im Portugues wird es 42. 21, 42. Jeshu lhe disse, Vocês nunca leram Natanah? A própria pedra que os construttores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto veio de Adonai. E a nossos olhos E maravilloso. Habt ihr das auf deutsch? 21, 44. Gut. Aber er beschreibt hier, Jeshua beschreibt hier. Es ist im Portugues, es gibt 44. E a. E a. E a. E a. E a. Aber wer auf diesem Stein fällt, wird zerschmettert. Machen wir schnell die Apostelgeschichte auf Kapitel 4. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verabschiedet hat. Also, man braucht diesen Stein. Also, dieser Stein kann auf einen fallen. Ja, in Epheserbrief, Kapitel 2. Vers 20 steht so geschrieben. Ihr seid, also wir, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Maschia Jeshua selbst Eckstein ist. In ihm zusammengeführt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wann hat die Gemeinde angefangen? Die Gemeinde, die Gemeinschaft, die Kehillah. Wann hat es angefangen? Weißt du's? Nein. Die Gemeinde, die wirkliche Gemeinde Jeshua. Wann hat sie angefangen? A Kommundять. Wann hat sie angefangen? Ich plagueleisch. Du bist in Jerusalem oder im Bethel, ja? Aber wann? Ich habe ja keine Bezeil, aber die Frage ist, wann? Oder durch wem? Oder durch wen? Durch den Geist Gottes. Aber durch jemanden? Ein Mensch, Gott. Nein, Petrus ist, man ist zu spät gekommen. Wer? Ein Mensch hat der Ewige benutzt, zum Anfang. Mosche? Nein, Mosche war es auch nicht. Abraham. Abraham, unser Vater. Abraham Avino, der hat angefangen. Durch ihm werden alle Völker gesegnet. Jakob hat den Stein gesalbt. Und von dort aus, von Bethel aus, wird dann etwas aufgebaut. Und, wie hier geschrieben, die Apostel und die Propheten haben die Grundlage gebracht. Und durch sie können wir heute in diesen Bau hinein. Habe diese Woche eine Frage gehört. Und ich wusste, ehrlich gesagt, am Anfang die Antwort nicht. Ist die Tora ein Buch des Gesetzes? Oder ein prophetisches Buch? Oder ein lieber Prophet? Ja? Ja. Beides meint er. Wer hat die fünf Bücher, Bücher Mose geschrieben? Die Tora geschrieben? Wer hat die fünf Bücher der Tora geschrieben? War Mosche? Ein Schriftgelehrter? Nein. Oder ein Prophet? Er war ein Prophet oder ein Schriftgelehrter? War er nur jemand, der ein Buch schrieb? Oder war er ein Prophet? Ein prophetischer Buchschreiber. Ja? Aber er war ein Prophet. Er war ein Prophet. Er hat alles, was er geschrieben hat, war, ist prophetisch. Er ist eine Grundlage. Er ist ein Fundament. Und alles, was die Propheten sagten. Und alles, was die Apostel sagten. Und uns hier gegeben haben. Wurde durch die Tora gegeben. Durch die Leiter. Weil sie hinaufgingen. Und kamen wieder zurück. Ja? Und genau das möchte der Ewige mit uns tun. Und wie wird das gemacht? Gehen wir zu diesem praktischen Teil. Wir gehen jetzt. Im ersten Brief von Kepha, Petrus. Kapitel 2. Kapitel 2. Schreibt uns Kepha. In Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Feuchlelein und Neid und alles Üble Nachreden. Portanto, livre-se de toda Maldade und de todo Enganmo, Hipocrisie, Invege. E de todas formas de maldizer as pessoas. Sejam como recennascidos. Sedentos de puro Leite da Palavra. Also hier hast du schon die Liste, von der musst du dich ablegen. Du musst rauskommen, ausziehen. Nicht von dieser Welt, weil Jeshua betete für uns und sagte, nimm sie nicht aus dieser Welt heraus, aber bewahre sie in dieser Welt. Ja? Aber wir müssen das rausbringen, rausnehmen, was von dieser Welt ist. Und alle Bosheit, alle Trug, die Heuchle, der Leid, der Neid und alles üble Nachreden. Das muss raus. Das muss aus dir herausgehen. Und wenn du gehörsam bist, wie Jakob, dann gehst du. Dann machst du das. Und lässt es hinter dir. Und seid wie neugeborene Kinder. Begierig nach dem vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Sejam como recenn nascidos, sedentos do puro Leid da Palavra. Para que? Por meio dele creysen para a Libertación. Ja? Also wir müssen wie Kinder sein, sagt Jeshua. Um im Reich Gottes hineinzukommen. Para entrar no Reino de Deus. Ein Kind hat, in sich, von Natur aus, keine Bosheit. Sie lernt Bosheit. Sie lernt, trügerisch zu sein. Und so weiter und so fort. Aber sie kann auch so bleiben, wenn sie in einem Umfeld leben, wo Heiligkeit ist. Wo ist dieses Umfeld? Hier. Hier, in der Synagoge. Hier in der Synagoge. In dieser Beit. Nur am Samstag. Somente no Shabbat. Oder ist es Hamakon. Hallo? Ich er aqui no local. Im... Weil es ist ein Atribut Gottes. Porque isso é um Atribut de Deus. Der Ort zu sein. Um local, para ser um local. Deswegen ging Jakob im Ort hinein. Und er hielt die Vision. Und tat dafür das, was er machen sollte. Wir sehen dort in seiner Geschichte, dass der ewige Ring so viel gesegnet hat. Weil er hat aufgehört. Mit aller Bosheit. Mit allem Trug. Mit allem Neid. Mit allem Dimmstall. Auch wenn er von Laban ja das gleiche erhalten hat. Er hat von ihm erhalten. Er hielt Laban. All diese Sachen. All das, was er vorher mit seinem Bruder gemacht hat. hat er von Laban erhalten. Er recebeu de Laban. Aber er hat... Er wurde zu einem treuen Diener. und fing an zu lernen. Wie ein Neugeborener. Und trank von unverfälschten Milch. Was ist das für eine Milch? Symbolisch hier. Was ist es? Fragt euch. Das Wort. Das Wort, ja. Das wahre Wort. Weil es gibt viele Botschaften. Und nur eine ist die wahre. Und das ist Jeschua. Diese Leiter. Er gibt uns diese Milch. Damit wir eben durch sie wachsen. Wachset zur Rettung. Und dann wenn ihr wirklich in Vers 3 wenn ihr wirklich geschmeckt habt dass der Herr zwar verworfen bei Gott aber außer Welt kostbar lässt euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen als ein geistliches Haus ein heiliges Priestertum um geistliches Opfer darzubringen Gott hoch willkommen durch Yeshua Hamashi Ein Leiter, eine Leiter ist, hast du schon zehn Leiter auf einmal, bist du schon zehn Leiter auf einmal hinaufgestiegen? Ja, auf einmal, das ist sehr anstrengend, bei mir im Geschäft sind drei, die sind schon anstrengend, um im Reich Gottes hineinzukommen, musst du eben dieses geistliche Opfer bringen, und das verlangt von dir viel Kraft, viel Energie, viel Zeit, viel Demut, viel Geduld, weil man kann schnell zurückgehen. Ich habe schon viele gesehen, die hinaufgestiegen sind und dann haben gesehen, dass es zu hoch ist, und es ist zu anstrengend, nein, das ist genug, ich höre jetzt auf, das ist etwas Verrücktes, nein, ich möchte mein Leben weiterführen, es gibt da eine Leiter, die nicht so hoch ist, weil dieses geistliche Opfer, die du bringst, ist nicht nur dein Gebet, es ist nicht nur deine Werke, es ist dein Leben, wie im Römerbrief Kapitel 12 beschrieben. Du bist ein lebendiges Opfer, auch wenn du alleine bist, in wo, du bist dort ein lebendiges Opfer, du bringst dort auch Opfer, damit du weiter nach oben steigst, weil wenn wir das nicht machen, wenn du das nicht machst, wer wird das für dich tun? Wer? Die Gnade, Jeschua, der alles schon für mich gemacht hat, wie viele diese Botschaft predigen, nein, du musst nicht so weit gehen, du musst die Gebote nicht halten, du musst nicht so viel beten, du musst nicht so viel beten, Fasten, nein, hat Jeschua für uns gemacht, du kannst alles essen, du kannst Weihnachten feiern, Feier, Weihnachten, doch, das ist Jeschua auch drin, Jeschua ist da auch drin, er hat alles für mich gemacht, die Leiter ist vielleicht so hoch, und viele gehen da durch, weil sie wollen ihren eigenen Willen tun, sie sind keine Botschafter, sie sind keine Kohanim, sie sind keine Priester, weil sie wollen die Botschaft nicht hören, sie gehen nicht bis zum Schluss, aber die, die hinaufgehen, sind wir, Amen, und wenn du wieder hinunter kommst, bringst du diese reine Milch, die wahre Botschaft, auch wenn die meisten davon nichts davon hören wollen, weil sie suchen ihre eigenen Botschafter, weil wenn du bei ihnen bist, es kratzt beim Ohr, und wenn du bei ihnen bist, sie werden sie doern, nein, wir hören nicht auf, weil wir sind die Botschafter, wir sind Teil von diesem Bau, wir sind ein Teil davon, und alles, was wir hier lernen, ist nicht neu, ist nicht, ah, jetzt habe ich eine Offenbarung erhalten, nein, die Apostel, die Propheten, Moschee, hat davon gesprochen, und auch andere, die nach hineingekommen sind, auch heute, es gibt missionische Juden, die das gleiche predigen, weil die Botschaft ist eins, du wirst nicht hier etwas hören, und bei den anderen etwas ganz anderes, aber du musst gleichzeitig auch erkennen, was reine Milch ist, und was nicht, die reine Milch ist hier, Amen, also wir versuchen wenigstens, wir machen das Maximum, das Beste, damit ihr die reine Milch erhält, aber wir müssen unterscheiden, so wie dort, jetzt der letzte Text, im ersten Mose, Kapitel 28, Vers 17, und Jakob stand früh, nein, Entschuldigung, 17, und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Städte, dies ist nichts anderes, als das Haus Gottes, und dies die Pforte des Himmels, nur noch zu verstehen, wenn du in dieses Ort hineingehst, wenn du diese Vision hast, wenn du diese Leiter hinauf gehst, und wieder hinunterkommst, und davon lebst, bist du ein Mensch, der Furcht vor Gott hat, und alles, was du tust, tust du eben unterscheiden, und du siehst, was gut und was schlecht ist, und du möchtest das Gute tun, weil du ein Botschafter bist, Amen, beten wir, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, für dein Geist, für dein Ruach, und du siehst.